Heute sprechen wir über das Referathalten und wie du richtig geil präsentieren kannst. Willkommen zurück Abiturläden, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Referate sind immer wieder eine Sache, die einfach sehr gut dafür sein können, mal Noten auszugleichen, grundsätzlich auch einfach viel die Note ausmachen, was aber vor allem uns auf der einen Seite super wenig beigebracht wird in der Schule und auf der anderen Seite auch für viele einfach eine super große Schwelle darstellt, was einfach, wie mache ich das richtig, man hat irgendwie ein bisschen Angst und deswegen gibt es von mir heute meine besten 5 Tipps, wie er das richtig rockt, denn wenn ich eine Sache in der Oberstufe immer extrem gut gemacht habe, dann waren das Referate. Erstens, Freude entwickeln, das ist die allerwichtigste Sache vorneweg, denn egal was ich dir jetzt im Laufe dieses Videos noch sagen werde, das Entscheidendste ist, ist, dass du Spaß daran findest, wirklich zu präsentieren, dass du wirklich sagst, ey, das ist doch geil, dass ich hier anderen was erzählen kann, denn in dem Moment, wo du das hast, wirst du alle anderen Faktoren automatisch richtig machen, vielleicht nicht sofort, aber durch die Übungen wird das definitiv kommen, deswegen versuch möglichst einfach was Positives damit zu assoziieren, was Positives damit zu verbinden, vor der Klasse zu stehen, was zu erzählen, Spaß daran zu haben und dann wird dir alles wesentlich leichter fallen. Zweitens, Preparation ist key. Vorbereitung ist einfach alles, denn je besser du vorbereitet bist, desto mehr weißt du auch über dein Thema Bescheid und je mehr du über dein Thema Bescheid weißt, desto mehr fühlst du dich auch wirklich wie ein Experte und fühlst dich auch wirklich so, als bist du in der Lage, deinen Mitschülern da was zu erzählen und dann macht das Ganze auch wirklich Spaß. Das ist ja zum Beispiel auch ein Grund, warum ich einfach so viel Spaß an dem Ganzen hier auf YouTube habe, weil ich einfach weiß, ich bin so sehr in dieser Thematik drin, ich lebe es tagtäglich, dann kommt, das merkt man glaube ich auch in den Videos einfach total, kommt auch einfach sofort diese Leidenschaft mit rüber. Und wenn du dich wirklich in dein Thema, und das ist das Geile, du kannst es im Vorhinein schon machen, wenn du dich im Vorhinein schon so in dein Thema wirklich reinarbeitest, dass du wirklich drin bist, es wirklich verstehst und auch die Begeisterung dahinter vielleicht sogar nachvollziehen kannst und dann idealerweise auch noch transportieren kannst, dann ist es natürlich einfach perfekt. Drittens, Anker legen. Es ist ja vollkommen logisch, dass du in einem Referat sowohl auf der PowerPoint als auch auf den Karteikarten, wenn du überhaupt welche verwendest, würde ich natürlich eher nicht empfehlen, dass du da möglichst wenig Text drauf schreibst. Das ist eben nicht so wie in der siebten Klasse und wie, ich weiß, leider auch noch viele in der Oberstufe machen, wirklich Zeilen nacheinander ausformulieren und das ist egal, ob das am Beamer vorne ist oder bei dir selber in dein Kärtchen, denn das ruiniert natürlich alles, weil du bist die ganze Zeit nur am Ablesen, Ablesen oder deine Mitschüler denken sich so, yo, du kannst einfach nichts erzählen, weil ich kann es auch einfach direkt ablesen und deswegen ist es natürlich wichtig, dass du das möglichst wenig machst, aber auch nicht gar nicht und dass du dir im Prinzip durch einzelne Wörter einen Anker schaffst, sprich einen Anker, wo wenn du dann zum Beispiel jetzt mit einer Sache fertig geredet hast und dir dann denkst, shit, was war jetzt nochmal die nächste Sache, dass du dann entweder auf deine Karteikarte schauen kannst oder einfach kurz an die Folie und dann merkst du auch einfach, ah, okay, der Punkt kommt mir als nächstes dran und wenn du dich dann mit Tipp 2 eben, Preparation ist key, dich gut genug vorbereitet hast, dann reicht dir so ein Anker auch vollkommen. Meine Videos hier sind zum Beispiel das beste Beispiel, ja, ich mache die nicht in einem One-Take und erzähle alle 5 Tipps gleich durch mit allen Details, die ich dazu sagen möchte, aber ich gucke auch und nehme mich nicht in meinen Tettel und lese hier alles ab, sondern ich baue mir auch Anker, die 5 Tipps sind im Prinzip immer für mich der Anker. Ich sage den Tipp am Anfang und damit verknüpfe ich auch alles weitere, was ich mir zu dem Punkt noch aufgeschrieben habe und weil ich eben drin bin, kann ich dann jetzt auch einfach diese 1-2 Minuten, die jeder einzelne Tipp immer braucht, einfach frei am Stück sprechen und dann kommt es einfach mega gut rüber und du verlierst dich aber auch gleichzeitig nicht. Viertens, für Zuhörer sprechen. Gerade wenn Referate für dich was ist, wo du denkst, ah, ich weiß nicht und dann Angst entsteht, dann fokussieren wir uns ganz schnell immer auf uns, weil wir uns beschützen wollen. Ich will keine schlechte Note bekommen, ich will nicht was Falsches sagen, ich will, und man verschließt sich so. Aber gerade dann, wenn du Leuten was beibringen willst, wenn du was präsentieren willst, dann ist natürlich eine aufgeschlossene Körperhaltung super, super wichtig. Aber nicht nur in deiner Körperhaltung, sondern auch in dem, was du sagst. Das heißt, versuch nicht immer so sehr auf dich selbst konzentriert zu sein, auch nicht zu sehr auf deine Note, im Sinne von, oh, wie sage ich jetzt was Smartes, was irgendwie cool klingt, weil das hat oft auch den gegenteiligen Effekt, sondern versuch dich viel mehr darauf zu konzentrieren, was wollen deine Zuhörer hören. Ist in deinem Fall natürlich auf der einen Seite deine Mitschüler und auf der anderen Seite die Lehrerin. Da ist natürlich die Frage, wie sehr stimmt das schon überein, was die hören wollen. Musst du natürlich anpassen und auch was dir in dem Fall lieber ist. Manchmal ist es sinnvoll, einfach das für die Mitschüler ein bisschen unspannender zu gestalten, damit die Lehrerin eben das halt, das so hört, wie sie es sich vorstellen würde. Aber grundsätzlich versuch dich immer auf die Person, um die es dir geht oder eben auf das ganze Publikum zu fokussieren und versuch einfach was, vielleicht auch mal für deine Mitschüler was Spaßiges reinzubringen oder einen interessanten Fakt am Anfang, mit dem man nicht gerechnet hätte. Einfach, dass du die Leute abholst und dass du dadurch, dass du so gut vorbereitet bist, dass du weißt, dass das Referat für dich gut wird, dass du dich dann auch endlich darauf konzentrieren kannst, dass es auch für dein Gegenüber gut wird. Fünftens, präsentiere überall. Das ist, denke ich, auch der Hauptgrund, warum so viele sich unfassbar schwer mit dem Thema von präsentieren tun. Weil sie das Gefühl haben, ich halte das nur 6, 7, 8 Mal im Schuljahr und ansonsten nie. Aber du redest ja eigentlich den ganzen Tag. Also, solltest du nicht den ganzen Tag reden, gibt es auch für manche Personen. Aber du redest ja trotzdem an jedem Tag sehr, sehr viel. Und dann ist es einfach geil, wenn du dir von vornherein sagst, jedes Mal, wenn ich ab jetzt, ab diesem Video in Zukunft spreche, sehe ich das als Präsentation an. Und wenn du nur eine Person nach dem Weg fragst und nur deine Mom fragst, wann das Essen fertig ist. Egal, du siehst es als Präsentation an. Das heißt, du musst dir nichts groß anders machen. Du musst einfach nur bei jedem Mal, wenn du sprichst, mehr Fokus darauf legen, wie bildest du die Sätze, wie sprichst du es aus, was kommt gut an, welche Reaktion hat dein Gegenüber. All diese Dinge, weil so machst du es automatisch und intuitiv richtig. Und das ist so krass wertvoll, weil dann übst du im Prinzip die ganze Zeit schon. Und wenn ein Referat kommt, dann kannst du es richtig rocken. Und natürlich ist es grundsätzlich auch super wichtig oder wertvoll für dich in der Hinsicht, wenn du dich da verbessern willst, dass du dich einfach bei jeder Vorstellung, bei jeder Präsentation, bei jeder Referatsmöglichkeit meldest. Und einfach sagst, hey, ich mach das, weil durch Übungen wirst du besser. Das ist in den Referaten, genauso wie beim Lernen, genauso wie beim Fußball, wie in allen anderen Dingen leben, was du mehr machst. Darin wirst du auch besser. Und deswegen, das ist echt das Entscheidendste. Wenn du jetzt sagst, okay, ich würde gerne noch mehr darüber lernen, wie ich auch ein Referat vielleicht von Anfang an mal gestalte, dann kannst du hier rechts oben einmal abchecken, wie man so ein 15-Punkte-Referat gestaltet und wie man es auch im Prinzip dann vorträgt. Und wenn du sagst, oh, irgendwie für mich ist immer noch dieses Angst-Ding, dieses Selbstvertrauen-Ding so eine Challenge, dann kannst du auch hier rechts oben im i noch ein Video anschauen, wo ich dir gezeigt habe, wie man mehr Selbstvertrauen in der Schule gewinnen kann. Ansonsten von meiner Seite war es das. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja.